Ganz herzlich willkommen! Wir sind zu Gast bei Max Bögl hier im Sandtagebau Unsch. Die anderen hängen da, die haben keine Lust. Ja, hier die Verladehalde der Filterkuchen. Von der keramischen Seite her früh sind dann das Material mit Klinkereigenschaften schon bei 1000 Grad. Rotbrennend wird eingesetzt im Bereich Hintermauerziegel hier in einem benachbarten Werk oder etwas weiter weg auch im Klinkerbereich seit mehreren Jahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.